Hier gibt es einen Aufzug, ich weiß nicht, das ist jetzt erst wie nach Artika oder sowas. Ich weiß nicht, was in meiner reinen Kamera ist. Wir sind in der Stöcklandstraße, Gang 30 in Stuttgart, Zwischengeschossen, Erdgeschossen. Ein anderes Wortes Wort. Am Baujahr 2013 vor, wenn man R-Strahlaufzug, Zwischengeschossen. Wir sind in der Stöhne, in der Stöhne, in der Stöhne. Das sind die Stöhne, in der Stöhne, in der Stöhne. Die Stöhne ist tief. Hier ist Frau conce назв die Stöhne. Ja, Pepi-Bö DOTA. Und da haben wir schon die Rautrissen raus, sicher raus, zwischen Bischofs, Ergbischofs und unswischofs. Was ist das überhaupt? Warte, wo ist das am Ort am Ort? Achtung, Kohlenzahler. So, ich hab das raus, ich hab das Wasser gemacht. Ich weiß nicht. Das ist ein ganz komisch, da war hier. Ich glaube, du hast das so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich habe vergessen, es zu machen. Mann, ich bin dumm. Du bist im Rup. Ich halte mich neben dem Servic-Stick. Untergeschoss. Tür geöffnet hat mich für Haube. Zur Richtung Erdgeschoss. In der Stefanstraße 33 in Stuttgart. Dann tschau Leute. Bleibt gesund. Ihr Öl-Wide-Fahrer. Bis zum nächsten Mal. Egal. Es ist ein bisschen Spaß. Es ist wirklich. Ja, dann tschau Leute. Bleibt gesund. Ihr Öl-Wide-Fahrer. Ihr Öl-Wide-Fahrer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.